Pauli, dem Klassenerhalt nun ganz, ganz gut. Das ist es, nein, es ist gut, und Tor! Im Gegensatz zu einer früheren Gelegenheit, als der Verein ein Freundschaftsspiel gegen Türk im Spor mit der Begründung verweigerte, eine solche Aktion sei zu politisch, reagierte der FC St. Pauli diesmal auf den Druck der Fans. Um ca. 20 vor geht die Abordnung der deutschen und türkischen Fans mit den Transparenten im Stadion rum. Die drehen praktisch eine große Runde. Es handelt sich um junge Türken aus dem türkischen Volkshaus und um St. Pauli-Fans. Und Sie demonstrieren hier im Stadion heute gegen Rassismus und gegen Ausländerfeindlichkeit. Sie wissen, was es da in letzter Zeit in vielen Stadien gegeben hat. Und dazu nach einer Weile auch eine offizielle Erklärung unseres Vorstands und unseres Präsidiums. Aber zunächst einmal schauen Sie bitte auch die Transparenten und schauen Sie an, dass Sie unsere deutsche Sprung und unsere deutschen Unternehmens wünschen. Germansvialah! Germansvialah! Matthiasaff! ...und in der Welt erheblich verletzten die Mitgliederkonstruktionen, den Vorstand und das Präsidium unseres Vereins von jeglicher Diskriminierung von Ausländern nicht nur in unserem Stadion distanzieren. Leider ist dieses jedoch notwendig geworden. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer sollten uns im Stadion, unseres ersten Stadion, wohl und sicher fühlen, gleich in welcher Entdeckung sie sind und welche Motivate sie haben. Dies gilt selbstverständlich ebenso für die Anhänger unseres jeweiligen sportlichen Gegners. Die Fans des FC St. Pauli haben bundesweit einen absolut vorbildlichen Ruf. Jeder einzelne von uns hat hier im Stadion seinen Stellenwert bei der Bekämpfung von Aggressivität und Rassismus, so dass wir uns diesen Ruf nicht nur bei Ostwärts spielen, sondern auch und gerade hier im Stadion einen würdigen Freude bringen. Die Fans des FC Stadion